Was hast du da gesehen? Dass einfach zwei Kerle an mir vorbeigelaufen sind und dann ist die Frau hinten nachgekommen und hat dann gesehen, dass die zwei, also einer von der Arbeit hat Banküberfalle und das sei kein Scheiß. Und dann haben die mir das Telefon gelegt und haben gesagt, okay, dann kann man die Polizei anrufen. Und dann sind die in der Arbeit in das Haus hinein, wo man das sieht. Und der andere ist ganz frech, hinterher noch wieder vorbeigelaufen, obwohl jetzt die Polizei oder schon da gestanden ist, ist der wieder ein neues vorbei im Laufschritt, muss ich dazu sagen, und ist wieder gegangen. Tschüss. In welche Richtung ist der gerend? Der ist da Richtung Kirchen hingegangen. Eigentlich schon, ich hätte meinen, dass dahinter wieder zur Bank wird das Geld irgendwo verloren. Keine Ahnung. Okay, danke.